Jetzt kommt die Tuning-Szene allerdings zunehmend unter Druck. Ab 2016 werden laute Auspuffsysteme verboten. Und diverse Polizeikorps nehmen getunte Autos vermehrt ins Visier. Polizeipräsidium Köln, 18 Uhr. Ha! Gai! Dienstbeginn für André Luhmer und Markus Mertens von der Einsatzgruppe Rennen. Achtung! Es passiert was! Die Kommissare kämpfen gegen eine Autoraser-Szene, die außer Kontrolle scheint. Nein, doch! Die Beamten sind in Zivil unterwegs. Da scheiß ich drauf! Dadurch kann ich nachts gut schlafen und das will ich auch! Ihr VW Passat ist unauffällig, hat aber 150 PS unter der Haube. Also diese Menschen... Ich bin sorry... Ha 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 ha! Hast du das gesehen? Hast du das gesehen, wie freund das ist? Ha 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 ha! VW Passat ist unauffällig, hat aber 150 PS unter der Haube. Das ist sehr inspirierend. Hat aber 150 PS unter der Haube. Oh, scheiße nein. Wir suchen erstmal unsere Pappenheimer. Das heißt, die, die meinen, sie könnten hier mit 150 Sachen durch die Stadt fahren. Nein, 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 nein! Die versuchen wir aufzunehmen. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Das auch zu beobachten beweissicher und letztlich dazu dann eine Anzeige zu schreiben. Nein, das heißt doch eine Schnauze! Wir versuchen Fahrzeuge zu finden, die zur Rennszene gehören und verkehrsunsicher sind. Geil! Halt! Alle stehen bleiben! Sie sind verhaftet! Leider! Verschickt Sie! Das hier war, dass Sie mein Befehl durch das Leibfluss... Das war ein Befehl! Hallo Herr Kriminalrat, ich muss eine Meldung machen. Feiglinger! Verreicher Versager! Das war ja laut! Das war ja... Haben Sie das gehört? Das war total laut! Diese Auspuffanlage ist hohl geworden. Das höre ich auf den ersten Blick. Pass mal auf. Wir werden schlampig. 103, 104 reicht es. 104. Viel zu laut, ne? Viel zu laut, viel zu laut. Okay, du kümmerst dich darum. Ich kümmere mich darum. Okay, gleich bist du dran. Was ist jetzt los? Passiert da endlich was? Passiert da mal endlich was? Alter Schwede. Hör dir das mal an. Achtung, es passiert was! Nein, doch. Jetzt! Jetzt! Ich lade mal kurz meine Magnum durch. So ein großer Feuerball, Jubel! Bumm! Müssten Sie normalerweise schon, wenn wir hier stehen und das Auto fährt, Gehörschutz tragen, ne? Sie müssen mal da hinten die Schilder gucken. Was steht da drauf? Haben Sie das jetzt schon mal gesehen? Da steht eine 50 drauf. Oh, wie fahren Sie hier her? Ist das der Arnold-Motor oder was? Was geht's Ihnen das an? Hauen Sie gefällig's ab, Mann! Keine Wollen. So, jetzt geht's los, ja. Voll der Mensch. Und ich sag so, alter Schwede! Unser Denken, unser scheiß Verhalten, weißt du? Scheiße, ich glaub ich hab einen gepisst. Sie haben mindestens 60 drauf gehabt, wenn nicht 70 mal, Freund. Und Sie müssen nicht denken, nur weil Sie hier so einen Poleten-Karam haben, dass Sie hier aufs Gas treten können, wie Sau. Wie schnell ist er wirklich? Ganz ehrlich. Also, bergrunter, überdrehten die ganze Zeit. Da hab ich einmal 60 gepackt. Auf der Garten läuft das Ding mindestens 70. 70? Überhaupt nicht. Entschuldigung! Ich bin mir gar nicht böse. Ich würde dich gerne dabei unterstützen, diese Leute da wirklich zur Rechenschaft zu ziehen und denen auch es heimzahlen, was sie dir angetan haben. Ja, und wenn wir ein Rennen feststellen sollten, versuchen wir dran zu bleiben. Mach an, mach an, mach an. Schnell, rechts. Das ist ein Rennen. Das ist ein Rennen. Einer rechts überholen und einer links. Auch der Beamte gibt Gas, doch er kommt erst näher, als die Fahrzeuge vor ihm unerwartet bremsen. Das ist nicht lustig. Das ist nicht lustig. Sondern er sollte diese Opferrolle akzeptieren und sollte auch über sein Problem mit anderen Menschen reden. Das ist nicht lustig. Desen ist nicht lustig. Also devotion Pandem ticketk explosives. Das ist nicht lustig. Gul, kol, kol. Und da ist es wird darauf monitorisch. Und zum Beispiel ganz es eine Gerät und verbrecht. Ich bin tiersικ jamais.